Es gibt ein neues Firmware-Update für deinen ICOM IC9700 und heute zeige ich dir, wie du dieses Firmware-Update installierst, die Version 1.4 und was daran jetzt für deinen ICOM IC9700 neu ist. Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Viel Spaß! Ja, bevor wir loslegen, die Links zum Thema gibt es wie immer hier unter dem Video in der Videobeschreibung und wenn dir das hier gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal. Jetzt wollen wir aber keine Zeit verlieren und gehen mal auf die Homepage von ICOM in Japan, weil da liegen nämlich die Firmware-Versionen und laden uns die aktuelle Firmware einmal runter. So, ich bin jetzt hier schon auf der Seite von ICOM Japan, denn hier auf der Seite von ICOM Japan liegen die Firmware-Versionen und wenn ihr das hier nachmacht aus dem Video, dann macht ihr das auf eigene Gefahr. Bitte beachtet die Hinweise, die ICOM euch zu dem Firmware-Update gibt. Den Link zur Seite von ICOM, den findet ihr natürlich wieder hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Auf dieser Seite müssten wir einmal nach unserem Transceiver suchen, also nach dem IC9700. Das geben wir hier in das Search-Feld ein, sagen dann Search und sind hier in dem Bereich, wo wir alle Download-Möglichkeiten für den IC9700 haben. Und was wir jetzt machen, ist als erstes mal hier die Firmware, die aktuelle, das ist dieses hier, Version 1.40 vom 22.03.2023. Die werden wir uns jetzt einmal herunterladen. Nach dem Klick auf die Datei müssen wir hier einmal die ICOM-Bedingungen bestätigen, dass wir alles verstanden haben und alles gelesen haben und klicken dann hier einmal auf Download. Wenn wir die Datei downgeloadet haben, gehen wir hier nochmal zurück und laden uns hier aus dem Bereich noch die Repeater-List und GPS-Data runter, weil diese Datei, die brauchen wir, um die Neuerungen im IC9700 auch nutzen zu können. Auch diese Datei ist vom 22.03.2023. Also hier nochmal auf das IC9700 geklickt und der gleiche Prozess wieder einmal bestätigen, dass wir alles verstanden haben und Download. Wenn wir jetzt in unser Download-Verzeichnis gucken, dann haben wir dort einmal die 9700 USA 23.03.22. Das ist die Datei mit diesen Repeater-Daten, die wir später brauchen. Und hier haben wir unser Firmware-Update. Also das Firmware-Update für den IC9700 Version 1.40. Diese Datei werde ich jetzt entpacken. Dann kommt daraus diese DAT-Datei, 9700E 140.DAT. Und diese Datei, die kopiere ich jetzt auf die Speicherkarte des IC9700. Bitte achtet darauf, dass ihr hier in diesem Verzeichnis keine alte Firmware-Datei habt. Und dann könnt ihr die neue Datei, das ist diese, einmal auf die Speicherkarte kopieren. Hier in das Verzeichnis unter dem Ordner IC9700. So, und jetzt werden wir das Ganze wieder in den 9700 packen und dort die Firmware installieren. Die Karte ist jetzt hier drin im IC9700 und ich gehe jetzt hier auf Menü und dann auf Set, SD-Card und, ja, wir können mal Card-Info gucken, wie viel hier noch drauf ist, Kapazität 15 Gigabyte. Und dann gehen wir hier auf Firmware-Update. Hier steht nochmal, dass wir das alles auf eigenes Risiko machen. Klicken das nach unten und sagen, ja. Ah ja, jetzt warnt er uns hier, dass bei bestimmten Firmware-Updates die ganzen Daten verloren gehen könnten. Und, dass wir jetzt ein Backup vorher machen müssen oder sollten. Und da sagen wir mal, yes. Jetzt macht er ein Backup. So, und jetzt zeigt er uns die Datei hier an, 9700, 140. Und wir wollen mit dem Update starten. Und wenn wir hier nur draufklicken, geht das nicht. Wir müssen den tatsächlich etwas festhalten. Und jetzt checkt er das File. Jetzt macht er das Update. Updating die Haupt-CPU-Firmware. Jetzt updatet er die DSP- und die FPGA-Firmware. Firmware ist komplett. Jetzt muss er Daten konvertieren und jetzt bootet er neu. Und hier sehen wir 1.4. Und das Update ist passiert. So, damit wir eine der neuen Funktionen dieser neuen Firmware nutzen können, nämlich das Monitoring über das Netz von D-Star-Repeatern, müssen wir diese runtergeladene Liste, die wir vorhin mit runtergeladen haben, nämlich die rpt-moni-sample.csv, also Repeater-Monitor. Die müssen wir jetzt in ein Verzeichnis auf unserer SD-Karte für den ICOM IC9700 kopieren. Und zwar, wenn ihr das Update durchgeführt habt, dann hat der Transziver auf der SD-Karte ein zusätzliches Verzeichnis angelegt. Und das ist hier dieses rpt-moni-Verzeichnis. Und genau hier gehört diese Datei rein. Und die kopieren wir jetzt mal dahin. Und wenn ich die SD-Karte jetzt wieder in den ICOM IC9700 packe, dann können wir diese neue Funktion nutzen. Jetzt haben wir alles auf das Funkgerät kopiert. Und jetzt müssen wir diese Listen, die wir da eben rauf kopiert haben, einmal im System aktivieren. Wir haben jetzt auch hier einen neuen Menüeintrag. Dazu gehen wir auf Menü Set. Hier haben wir, wenn wir runter scrollen, den Menüeintrag DV Digital Voice Repeater Monitor Set. Es geht ja darum, dass wir einen Repeater hier zusätzlich hören können. Und dazu müssen wir einmal die Adressliste hier aktivieren. Dazu gehen wir hier auf die Repeater Moni Sample, die wir eingelesen haben, aktivieren das und gehen hier wieder zurück. So, jetzt ist die Liste aktiviert. Und wir können über das Internet, also der Transziver muss dafür mit dem Internet verbunden sein, über ein LAN-Kabel. Und wir können jetzt über das Internet auf diesen Repeater zugreifen. Weil diese Tabelle, die wir da reingeladen haben, das ist eine Übersetzungstabelle vom Repeater zur IP-Adresse. Sodass das Funkgerät weiß, aha, wenn der und der Repeater ausgewählt ist, dann muss ich über die und die IP-Adresse, also über die Internetadresse, muss ich dann dahin gehen. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe also hier einmal ganz normal einen Repeater eingestellt, Bad Ibuich. Das ist der normale Repeater. Und wenn ich jetzt einen zusätzlichen einschalten will, dann gehe ich hier oben auf das Feld, also hier auf das To-Feld und sage dort Gateway CQ. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel über die Digital Voice Liste hier einen Repeater auswählen. Und ich nehme mal hier den Repeater Hannover. Und wenn wir das getan haben, sehen wir hier oben ein Icon Moni. Das heißt, dieser Repeater wird jetzt monitort. Also wir können dort mithören. Und ich muss das hier auch noch einmal auf Repeater Monitor On stellen. Das ist auch ein neuer Menü-Eintrag, den wir hier haben. Auf dem Multi-Switch hier. Also einfach hier einmal drauf drücken. Und dann können wir hier das Ganze einschalten. Und wenn wir jetzt gucken, jetzt ist das Moni-Icon hier weiß. Das heißt also, wir sind jetzt wirklich connected mit dem Repeater in Hannover und mit dem Repeater in Bad Ibuich. Wenn ich jetzt nochmal darüber arbeiten will, dann mache ich das hier über den Repeater in Bad Ibuich. Und der Repeater in Hannover wird nur zusätzlich gemonitort. Okay, was wir hier noch sehen, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Menü gehe und dann auf CD. Das heißt also, dass ich hier einmal die Historie mir ansehe, gucken, was da zu hören war. Hier zum Beispiel war DB0-TVH. Das ist ein Zeitsensor oder ein Zeitsender, der hier mal aktiv war. Und ja, da war jemand, DL5UHR, der war zu hören hier um 19.46 Uhr. Und ich sehe auch, der war hier auf dem Monitoring zu sehen. Da sehe ich also genau, wo der herkam. Wenn ich jetzt mal auf die normale Liste gucke, also hier ist auch wieder DL5UHR, kam auch über das Monitoring. Und hier halt auch mit den GPS-Daten, sodass ich genau sehe, wie weit er entfernt ist und in welcher Richtung von hier aus. Und wenn ich, ja hier zum Beispiel habe ich den Terminal-Mode angehabt. Das wird mir hier angezeigt über das TM. Und hier ist zum Beispiel ein Eintrag, der war auf dem Repeater XLX508 DORA und der kam hier über Digital Voice ganz normal. Also hier ist das Gateway und GPS wurde hier angezeigt. Also der kam nicht über das Monitoring, sondern direkt in mein Funkgerät rein. Ja, das sind eigentlich die Unterschiede oder die zusätzlichen Möglichkeiten, die wir jetzt mit dem System haben. Der IC705 hat das ja schon etwas länger und das ist jetzt in den IC9700 auch eingeflossen. Ja, ist doch eine schöne Sache. Wir können auf einem Digital Repeater arbeiten und können einen zweiten Digital Repeater über das Internet monitoren. Wir können also dort zuhören, wenn sich da irgendwas tut, dann bekommen wir das auch mit. Ja, ich hoffe für den einen oder anderen ist das interessant und wenn dir das Video hier gefallen hat und du das gut nachvollziehen konntest, dann gib mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem Afu-Channel wieder etwas Neues gibt. Bis zum nächsten Mal.